Jesus Christus starb am Kreuz und das war kein Justizirrtum für einen Religionsstifter, sondern hierbei handelte es sich um Gott selbst. Er starb, denn Gott selbst wurde Mensch in Jesus Christus und er starb nicht einen gewöhnlichen Tod, sondern es war ein stellvertretender Opfertod für uns Menschen nach dem Heilsplan Gottes. Und dieser Opfertod war verbunden mit enormen, gewaltigen Leiden, die vier Aspekte haben. Erstens körperliche Leiden durch diese grausame Hinrichtungsart. Christus hatte grausame Schmerzen erdulden müssen, körperliche Leiden und er starb aber nicht an den Folgen dieser Kreuzigung, sondern er starb bewusst. Er hat sein Leben selbst gegeben, er hat seinen Geist übergeben und starb nicht an den Folgen der Kreuzigung, obwohl es mit gewaltigen Leiden verbunden war. Das zweite waren Leiden durch Verspottung und durch die Verlassenheit. Christus wurde massiv verspottet von den Menschen und auch schließlich verlassen von allen Menschen, auch von seinen Jüngern. Das hat auch Leiden ausgelöst, inneren Schmerz. Das dritte sind Leiden durch das Tragen der Sünde. Christus war durch und durch sündlos, er war heilig, er kannte keine Sünde, er tat keine Sünde und in ihm war keine Sünde, aber am Kreuz wurden Sünden der Menschen auf ihn gelegt. Er kam in Berührung sogar auf ihn gelegt, er wurde sogar zur Sünde gemacht und das war verbunden mit gewaltigen, inneren Leiden, die er da erdulden musste. Er, der Heilige, der nicht wusste, was es bedeutet zu sündigen, hat Sünden der Menschen auf sich genommen und wurde sogar zur Sünde gemacht. Und nun schließlich, der vierte Aspekt ist, Leiden durch das Tragen des Zornes Gottes. Denn Christus hat das Gericht Gottes für die Sünden getragen. Er hat das Strafgericht Gottes getragen in diesen drei Stunden der Dunkelheit, die da eingetreten ist von 12 bis 15 Uhr. Da hat er das Gericht Gottes für die Sünden der Menschen getragen. Das waren gewaltige Leiden, die wir Menschen gar nicht ermessen können. Durch den Tod Christi haben nun die Menschen die Möglichkeit der Versöhnung mit Gott, aber nicht pauschal. Es gibt kein Universalheil für alle Menschen, sondern nur diejenigen, die an ihn glauben, die dieses Geschenk der Rettung annehmen und an Jesus Christus glauben. Dienen wird dieser Segen zuteil und werden gerettet in Ewigkeiten, bekommen das ewige Leben.